Musik Auch wenn man schon einfach an sich gern Musik macht, ich glaube, das machen wir beide gern, dann macht das auf jeden Fall Spaß. Dann macht es auch Spaß, sich darauf einzulassen und einfach mitzumachen und was Neues kennenzulernen. Ich fand es sehr schön, dass man aus einfachen Materialien eine Flöte machen kann. Die eine kam auch zu mir und meinte, ja, das ist ja total cool mit dem Flötenbau. Das kann ich ja dann auch irgendwie bei meinen Kindern, wenn ich Kindergärtnerin werde oder Erzieherin, kann ich das dann auch verwenden und das ist irgendwie was Handwerkliches und fand sie ganz gut. Ja, wir lernen heute verschiedene Techniken kennen, Musik zu machen, die wir dann natürlich auch in unserer Erzieherausbildung nutzen können. Von jedem Geräusch in der Welt kann man Musik machen. Die reagieren ja auch so manchmal, die verstehen mein Deutsch nicht so richtig, aber das ist auch gut, das ist hier wieder was vom Austausch sozusagen. Das Ziel ist, Spaß an der Musik zu vermitteln und auch mit der Musik zu machen, denen auch so ein paar Tools an die Hand zu geben, also speziell jetzt bei dem Workshop für angehende Erzieher. Es war erstmal befremdlich, aber in der Gruppe, wenn alle mitziehen, ist es natürlich super. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus